Hallo zusammen Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ungebrochene Bande anzunehmen bei Lord Havne im Audenwald an dieser Position bzw. eigentlich ist es im Herz des Waldes an dieser Position. Das wird jetzt so nicht mehr angezeigt. Vorquests waren Ritual der Reinigung Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den Videos in die Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt bei der gesuchten Quest hinspringen. Und hier seht ihr es, wenn ich jetzt die Map aufmache ist es Herz des Waldes und schaue in diese Richtung und hier müsste Lord Havne stehen mit dieser Quest. Nun darf man sich bei der Winterkönigin melden. Also ab ins Herz des Waldes. So, Seelengestalt, dann geht es ein bisschen schneller. Hier darf man mit der Dinavin Funkeltau quatschen an dieser Position. Sprechblase anklicken. Und hier ist die Winterkönigin. Quest ist abzugeben bei der Winterkönigin. Im Ardenwald Herbst des Waldes auf der Ebene das Blätterdach. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Backs und viel Erfolg. Eizocke Ende.